hallo zusammen herzlich willkommen zu einem neuen video und diesmal ist es keine rohbaukontrolle sondern eine begehung für übergabe das heißt wir waren bei diesem bau haben vor einigen wochen gewesen und haben uns den rohbau angeschaut und haben das haus auf herz und nieren geprüft also wieder vom kamin oben vom dach runter bis runter auf die bodenplatte und zwar innen und außen haben uns alles angeschaut haben ein großes protokoll erstellt mit vielen punkten und jetzt natürlich die spannende frage hat die bau firma das dann auch alles erledigt oder abgearbeitet denn es gibt einmal hausbau firmen die ignorieren das was wir schreiben die sagen kommen das meiste erledigt sich bis zur übergabe und es gibt welche den sehr gewissenhaft und arbeiten nach und das hängt immer je nachdem also nicht nur von der hausbau mark ab sondern natürlich auch vom bauleiter die dies der dies bau haben zu verantworten hat hier schon mal so viel zeit vorweggenommen ein bisschen was haben wir noch gefunden von den punkten die wir damals auch gefunden hatten aber vieles wurde auch inzwischen erledigt oder wurde sogar optimiert und angepasst und das will ich euch heute mal zeigen wir fangen mal an wie immer ganz oben an dem dach und ihr seht jetzt hier zum beispiel dass die schrauben hier verwendet wurden edelstahl schrauben sind wir haben das ganz oft schon in anderen videos gesagt wir haben das bemängelt wenn die falschen schrauben mit drin sind die sind dann manchmal ja es ist nicht aus dem richtigen material und dann ist es halt so wenn die schrauben bewittert werden und es wird nass und feucht dann gibt es irgendwann diese hässlichen nach tropf nasen die dann so rot bräunlich sind also durch den rost und das sieht natürlich nicht schön aus und dann hat sieht man irgendwie nach drei vier jahren guckt man sich seine fassade an die eigentlich für jahrzehnte gemacht sein sollte und es sieht nicht schön aus das heißt wir mängeln ganz oft dass die falschen schrauben verwendet werden um es ein bisschen abzukürzen hier wird es jetzt richtig gemacht man hat edelstahl schrauben drin und damit ist das wieder super super gut gelöst aber ein punkt wurde übersehen und das ist hier ist noch ein loch drin das sollte man natürlich verschließen weil jetzt hier sonst direkt wieder die feuchtigkeit reinkommt man sieht ja hier die schrauben sind sogar mit einer unterlegscheibe mit einem gummiring abgedicht damit genau das verhindert wird und hier haben wir noch ein großes loch drin also das muss noch mal verschlossen werden entweder tauscht man den ganzen stein aus oder man macht das noch mal zu mit man wirklich ein leben lang hier oben lang ruhe hat und dann nicht irgendwann in zehn oder 15 jahren hier ein großer schaden ist sanierung schaden auftritt weil ganz viel feuchtigkeit hier reingelaufen ist und alles anfängt zu gammeln das wollen wir vermeiden und das geht indem wir dieses loch einfach noch verschließen lassen spätestens bei der übergabe muss das passiert sein und wir kommen zum dritten punkt wir sind immer noch oben am dach und man sieht jetzt hier einmal die photovoltaik anlage und die photovoltaik anlage ist liegt in den seltenen fällen auf den dachsteinen direkt auf soll sie auch nicht sondern da gibt es noch halter die die für ein bisschen abstand sorgen und wer uns im video schon öfters verfolgt hat hat gesehen es ist da nicht so gut wenn die kabel von der photovoltaik anlage nicht hoch gebunden sind sondern eben hier auf den dachsteinen und auf den dachziegeln drauf liegen warum das ist keine sache von wochen oder von monaten aber auf die jahre gesehen könnten wenn die kabel hier liegen durch die bewitterung halt und durch wind können die irgendwann aufgeschubbert werden und dann geht die funktionsfähigkeit verloren man muss wieder entweder eine große leider besorgen oder gerüstung muss dann gucken wo liegt der fehler und was muss man hier eigentlich machen und das kann man verhindern erkennt das aus den anderen videos wenn man die kabel nach oben verbindet das haben wir übrigens auch bei der roberkontrolle geprüft und festgestellt das war noch nicht ganz der fall gewesen als jetzt die photovoltaik anlage oder als die hausbaufirme dann noch mal da war hat sie da entsprechend nacharbeiten lassen jetzt sieht man wenn man gleich mal unten her findet die kabel sind alle hoch gebunden das heißt die kabel sind damit geschützt und man hat die nächsten 10 20 30 jahre wie lange hat man so eine anlage hält dann auch wirklich ruhe muss ich keine sorgen machen dass die kabel irgendwie angegriffen werden weil sie eben entsprechend nach oben gebunden wurden und nicht mehr drüber schrauben können dann noch ein kleiner punkt dazu das sieht man ja auch noch das ist noch nicht ganz so schön das haben wir auch angemerkt das ist aber keine pflicht für die hausbaufirma man sieht jetzt hier die konstruktion und sieht jetzt hier die die profile auf denen die photovoltaikanlage drauf montiert ist und das sieht jetzt nicht ganz so schön aus also ich würde noch empfehlen hier auf jeden fall noch kappen drauf zu setzen damit man einfach einen schönen abschluss hat einfach aus dem grund ist ein optisches ding wir haben hier eine leichte hanglage der garten sitzt ein bisschen höher und noch ganz viele nachbarn schauen hier oben drauf und es sieht optisch einfach ein bisschen besser aus wenn hier noch schöne kappen drauf gemacht werden also dass wir noch so die die kirche auf der sahne der torte wenn ihr das seht oder wenn ihr bei euch die europa kontrolle machen finden das weisen wir dann natürlich auch darauf hin und dann könnt ihr das mit dem bauleiter eures hausbauunternehmens abstimmen und könnte noch für diese profile noch die kopfstücke bestellen lassen wenn es für die profile keine kopfstücke gibt auch das kommt schon mal vor dann kann man vielleicht gucken ob man das ganze farblich noch bearbeitet in dem fall würde ich dann in schwarz oder anthrazit machen wie die anlage hier oben auch dann sieht das aus einem kuss aus und hat einen superschönen abschluss und leben lang freude wenn man im garten sitzt und guckt dann beim grillen aufs dach hoch und genießt einfach was mit der schönes gebaut hat besonders gut ist natürlich immer wenn man alles doppelt prüft so wie wir das hier heute gemacht haben warum jetzt haben wir doch noch ein kabel gefunden ich weiß nicht ob es hochgehangen war und sich dann gelöst hat oder ob es an der stelle vergessen wurde wir können mal kurz dahin filmen und sieht also dass hier doch eines der kabel nicht hoch gebunden wurde und jetzt eben dann doch nicht so ideal positioniert ist wie es der fall wäre oder wie das bei allen anderen kabeln der ganzen anlage der fall ist also hier gibt es nochmal ein hinweis an die bauherren damit die den bauleiter von ihrer hausbaufirma informieren können damit man das kabel auch noch mal schnell hoch bieten lässt solange das gerüst noch steht dann ist das nämlich alles wesentlich einfacher und kein großer aufwand mehr so wir hatten ja gerade eben schon das thema mit den solaranlagen beziehungsweise mit der fotovoltaikanlage gehabt wo die kappen auf die halterung nicht drauf gemacht werden wie das jetzt richtig geht würde ich euch mal zeigen und dazu schnippen uns jetzt einfach mal auf ein anderes bauverhaben und dann könnt ihr in diesem video sehen wie das eigentlich richtig gemacht werden sollte indem wir uns jetzt einfach mal ein anderes haus anschauen los geht's da sind wir auch schon jetzt schauen wir uns mal hier die fotovoltaikanlage an und ihr seht jetzt hier wieder die profile und hier seht ihr jetzt dass der hausanbieter hier die schwarzen kappen drauf gedrückt hat also sieht zehnmal besser aus als wenn das alles komplett offen ist mehr wollte ich gar nicht zeigen und wir gehen wieder zurück auf die andere baustelle und wir kommen zum nächsten punkt wir hatten auch angemerkt dass hier zum beispiel durchgeschraubt wurde das heißt die moteure die das dach gerichtet haben die waren relativ zügig unterwegs gewesen und oder hatte vielleicht nicht ganz so viel zeit und haben dann ein bisschen schnell die schrauben reingedreht und haben dann vielleicht nicht die sich die mühe gegeben die man sich hätte geben sollen was nicht schlimm ist jeder hat es mal eilig wichtig ist aber wenn man einen fehler macht dass man ihn dann noch korrigiert hier ist das jetzt gerade noch nicht passiert man sieht dass hier dass die schraube hier noch ausschaut das ist natürlich super unschön das holz ist auch gesplittert man sieht das hier oben da muss auf jeden fall nochmal nachgearbeitet werden also auch den hinweis geben jetzt noch mal an die bauherren und dann können die den bauleiter des hausbauunternehmens informieren damit damit dann genauso wie oben bei der photovoltaikanlage auch die sache mit dem kabel das möglichst schnell behoben wird solange das gerüst noch steht weil dann ist das ein paar minuten erledigt und gar kein großer aufwand und das zehnmal besser als wenn das haus fertig ist und über die übergabe muss man nochmal mit der großen leiter hin und fängt wieder bei null an deswegen ist die begehung für hausübergabe so wichtig ein weiterer punkt den wir uns jetzt bei der begehung anschauen oder jetzt gerade eben angeschaut haben ist einmal die oberfläche der fassade ich habe ihr erzählt wir haben die rohbaukontrolle gemacht und haben ja festgestellt dass es hier gewisse unebenheiten gab die aber alle noch in der toleranz lagen ist auch kein wunder dass es unebenheiten gibt warum wir haben hier ungefähr zehn bis zwölf meter hohe fassade die eine relativ breit ist dass da schon mal irgendwo ein bisschen was sein kann ist ganz normal wenn man das aber früh genug entdeckt wie bei der rohbaukontrolle man dann entsprechend darauf hinweist dass die bauherrschaft und die bauleiter den verputzer bitte darauf hinweisen diese kleinen unebenheiten auszugleichen dann ist es am ende trotzdem so dass man eine tolle fassade und damit auch ein tolles produkt erhält und der verputzer hat das wirklich ernst genommen was wir geschrieben haben hat entsprechend hier so gearbeitet dass das eine große gerade fläche geworden ist also finde ich sehr gut gemacht es ist ja normalerweise so dass dann vom erdgeschoss aufs dachgeschoss und das obergeschoss immer irgendwelche bauchbinden eingebaut werden müssen die bestehen immer aus dem material aus dem auch die wand besteht also bei dem anbieter war es jetzt zum beispiel ein eine styropor außenwand gewesen das heißt die bauchbinde war aus styropor und dann gab es da eben diese kleinen unebenheiten und die hat der putze jetzt hier ausgeglichen und wie gesagt super gut gemacht und das ist ein punkt den wir uns bei der begehung für hausübergabe immer anschauen damit man hier gegebenenfalls mal nacharbeiten lassen könnte damit die hausübergabe dann auch wirklich problemlos über die bühne geht gut und wir kommen mal schon zu einer letzten punkte bei der begehung wir weisen nämlich bei der rohbaukontrolle vor auch immer hin dass wir sagen lasst die haustür auf jeden fall gut einpacken und zwar am besten mehrschichtig warum die haustür ist die visitenkarte des hauses und das soll natürlich besonders schön sein und natürlich hat weder die hausbaufirma noch ihre große lust dass nach der hausübergabe festgestellt dass nur irgendwelche marken drin und man muss das haus nochmal an die fassade aufreißen oder halt das türblatt austauschen das ist immer ein riesen aufwand und wir wissen auch die firmen haben alle viel zu tun und die haben jetzt nicht die allergrößte lust nach drei monaten noch mal wegen einem türblatt noch mal zu euch zu kommen das ist ja auch wieder alles aufwand und da wird kein geld verdient deswegen muss man halt immer gucken das sagen wir immer immer sich entsprechend vorbereiten und halt die rohbaukontrolle die begehung machen damit eben da möglichst viel gefunden wird und die firma nochmal die chance hat alles abarbeiten zu lassen und um eben die fehler zu vermeiden das ist ja die kunst also nicht fehler finden sondern im vorfeld dafür zu sagen dass die fehler vermieden werden oder gar nicht erst entstehen empfehlen wir halt immer bei der rohbaukontrolle lasst die haustür ordentlich einpacken und zwar mehrschichtig denn wenn später die handwerker kommen die haben maschinen dabei die am werkzeug dabei der estrichschlauch wird hier durchgeführt und da rüttelt natürlich kräftig wenn der beton durchgepumpt wird und dann soll es eben nicht sein dass an der haustür irgendwelche marken entstehen sondern die ist besonders wertvoll und besonders schützenswert und deswegen sagen wir immer bei der rohbaukontrolle schon falls das da noch nicht passiert ist lasst die haustür auf jeden fall gut und sicher einpacken damit da keine marken entstehen hier ist jetzt ordentlich und sauber eingepackt das ist sehr gut und da freuen wir uns schon auf die hausübergabe weil dann gibt es viel weniger punkt zu diskutieren und vielleicht kriegt man so eine hausübergabe in drei oder vier stunden erledigt anstatt wie sonst üblich wenn man eben keine rohbaukontrolle und keine begehung davor gemacht hat fünf sechs sieben oder acht stunden für die hausübergabe braucht und es gibt ganz viele streitpunkte mit der baufirma die dann eben dann erst erledigt werden wenn es eigentlich schon fast zu spät ist deswegen bereitet euch gut vor und unsere bausteine sind ein teil der löse und ein kleiner zusatzpunkt geht natürlich nicht um das türblatt sondern auch der edelstahl griff der sich hier befindet wurde auch noch mal separat eingepackt also hier alles richtig gemacht selbstverständlich prüfen wir für euch auch gerne die fenster und die rollläden und die türflügel und die fensterbänke es ist allerdings so bekannt bei der rohbaukontrolle und auch bei der begehung ist noch relativ viel stau überall man sieht gar nicht so richtig was ist hier eigentlich los ich habe jetzt mal hier ein bisschen was freigeschrobert dass man sieht hier ist ein großer strich drin das kann jetzt verschiedene gründe haben das könnte sein dass da eine markierung ist weil genau auf dieser höhe zum beispiel die führungsschiene hier angebracht werden sollte es kann aber auch sein dass die führungsschiene einfach zu sehr auf spannung war man hat die so versucht rein zu pressen und hat dann hier entsprechende kratzer reingemacht jetzt ist wieder das gute bei der begehung vor übergabe dass wir jetzt zwei bis drei wochen bevor die hausübergabe wirklich stattfindet diesen hinweis wieder den bauherrn geben können in anhand eines protokolls die das wieder dem bauland des hausbau und der hausbaufirma übergeben damit der hier entsprechend nacharbeiten lassen kann man kann den kratzer vielleicht entweder kann man ihn raus polieren oder es gibt eine flüssigkeit die unterstützt wenn das dann jetzt nur ein strich wäre vom stift um was zu markieren dass es dann wieder verschwindet oder worst case wäre dass man sagt okay man tauscht die ganze fensterbanknummer aus was ich aber nicht glaube weil der strich jetzt nicht besonders groß ist aber wir können mal drauf filmen aber das sind so dinge wo wir ein auge drauf haben wenn wir die begehung für übergabe für euch machen dürfen ich hatte eben noch einen kleinen punkt vergessen als ich drüben bei der fensterbank stand ich habe erzählt dass man nicht ganz so viel sieht bei der rohbaukontrolle und auch bei der begehung an den fenster und an den rollläden an den fensterbänken selbst warum weil alles relativ schmutzig ist also wir empfehlen allen bauern das solltet ihr auch machen vor der hausübergabe noch eine baufeine reinigung zu machen oder eine bauendreinigung nennt sich das es gibt auch ein zwei gute anbieter die haben das direkt im grundpreis mit drin es gibt auch anbieter die eben nicht wollen dass der hauspreis zu hoch aussieht die dann sagen das ist eine option das heißt die verkaufen euch das haus ist dann vielleicht 1000 euro billiger als der wettbewerb der das schon inklusive hat diese baufeine reinigung und hier könnt ihr diese reinigung praktisch damit hinzubestellen dann geht der hauspreis wieder 1000 euro nach oben ihr merkt es aber erst hinterher wenn ihr bei der bemusterung wart deswegen ist übrigens der angebotsvergleich so wichtig auf jeden fall wollte ich euch empfehlen diesen baustellen auf jeden fall zu kaufen bei der hausbaufirma wenn er nicht schon inklusive ist damit man einfach genau sieht was ist hier eigentlich los weil wenn ihr erstmal eingezogen seid und ihr habt das haus jetzt nur besen rein übernommen und die fenster und scheiben sind noch nicht geputzt dann kann es sein dass halt hinterher die kratzer auftauchen und dann sagt man eine hausbaufirma hey kümmere dich mal darum dass du die scheibe austauscht weil die ist zerkratzt das habe ich nicht bestellt und sagt aber logischerweise die hausbaufirma ja von wegen lieber bauherr du bist doch genau hier an der balkon hier immer rein und rausgelaufen mit deinen möbeln beim umzug und du kannst uns jetzt nicht verantwortlich dafür machen dass jetzt hier kratzer drin sind da haben wir nichts mehr mit zu tun du hast das haus übernommen und hast das übergabe protokoll unterschrieben und dann müsst ihr das praktisch vor gericht erwirken und das macht natürlich keiner einfach um eine neue scheibe zu bekommen damit ihr auch das produkt erhaltet was ihr eigentlich bestellt hat deswegen hier nochmal der tipp der ist super super wichtig macht auf jeden fall eine bauendreinigung oder eine baufeine reinigung damit man bei der übergabe auch wirklich alles sieht und prüfen kann dann hängen wir gleich noch einen punkt hinten mit dran ich habe eben den putzer gelebt dass er hier oben so einen guten job gemacht hat an der fassade und die ganzen unheimlichen ausgeglichen hat jetzt waren es doch nur 99 prozent statt 100 man sieht jetzt hier ist an so ein paar stellen hat ein bisschen gekleckert das muss man natürlich vorher auch weg machen bevor jetzt der maler kommt weil der maler sieht das nicht der pinsel da einfach drüber warum dachte ich auch wieder nur ein zeitkontingent von 80 90 100 stunden und pinsel dann einmal das ganze haus hoch und runter der wird also nicht anfangen wird nur mal die nacharbeiten von von dem gewerk vorher vom putzer weg zu machen außer es wäre zu offensichtlich aber das wäre jetzt so eine stelle wieder wenn ihr ein bisschen pingelig seid da guckt den leben lang hin deswegen wir machen das jetzt mal selbst gerade noch ein bisschen weg wenn die kamera aus ist weil ich glaube nicht dass hier noch mal einer guckt bevor der maler kommt und dann wird das produkt auch wieder ein bisschen besser und das ist ein kleiner service von fertig hausexperte wenn wir irgendwas sehen was man gerade weg machen kann dann kommt das nicht ins protokoll rein sondern unterstützen wir machen das gerade selber weg wie jetzt diese kleinigkeit so und jetzt sind wir auf der ostseite des hauses und ihr seht das hier eine feuerschutztür die feuerschutztür sieht ob nicht nie ganz so schön aus ist aber immer nötig und vorgabe wenn man zum beispiel hier noch ein gebäude andocken möchte und hier in dem fall ist das jetzt auch der fall die bauern haben nämlich die garagen nicht über den hauseinbieter mitgekauft was verschiedene gründe haben kann zum beispiel ist das thema kosten ja in den letzten jahren besonders wichtig geworden warum bauen ist relativ teuer geworden man muss halt irgendwie gucken dass man sich trotzdem den traum vom haus irgendwie erfüllen kann und muss dann gucken wo kann ich denn gegebenenfalls ein bisschen was sparen und eine schöne position dafür ist halt eben die garage auszulagern die eben nicht beim hauseinbieter mitzubestellen warum seine stärke ist der hausbau nicht der garagenbau und dann kann es schon mal sein dass man eine ein oder einstellende schnäppchen machen kann dass man sich zum beispiel fertig garage bestellt oder die vielleicht sogar selber mauert das habe ich wieder weit ausgeholt auf jeden fall ist es dann so wenn die garage dann hier angedockt wird ans haus dann ist es eben so dass man hier eine feuerhemmende tür braucht warum es könnte in der garage irgendwas passieren und da reicht dann keine normale zimmertür aus außerdem ist auch eine normale zimmertür nicht so einbruch sicher wieder mehr jetzt während der bauphase beziehungsweise wenn es jetzt so wäre dass die garage erst nächstes jahr kommt in zwei jahren aus budget gründen dann ist natürlich auch kein einspruch einbruchschutz gegeben das sieht nicht schön aus was man noch überlegen könnte wäre wenn die garage ein bisschen weiter vom haus weg sitzt was jetzt hier nicht der fall ist dass man sogar sagt man macht eine optisch schöne tür zum beispiel eine zweite haustür das hat zwar wieder was mit kosten zu tun aber dann hätte man wieder alles aus einem guss und eine wesentlich schönere variante wie gesagt hier wird es jetzt aber so sein dass die garage direkt ins haus angedockt wird und dann kommt man um so eine tür eben nicht rum okay und wir kommen zum letzten punkt unserer begehung vor übergabe und auch hier noch mal wieder ein lob an die bauherren die haben anscheinend unsere videos konsumiert und sich viele tipps mitgenommen wir sind jetzt hier auf der gartenseite und der terrassenseite wir sagen ja immer nur eine außensteckdose ist doof warum man will vielleicht hat ein elektrogrill man hat vielleicht eine musikbox man will vielleicht beleuchtung machen man will vielleicht sein handy laden und erst tablet also es gibt immer einen grund warum man eigentlich außen viele steckdosen braucht auch hier wieder es hat ein bisschen was mit kosten zu tun die außensteckdosen lassen sich die hausbaufirmen gut bezahlen manche haben gar keine oder sogar nur eine im standard und da muss man entsprechend mal nachrüsten das ist halt so es geht halt jetzt auch keine hausbaufirma hin und packt automatisch zehn außensteckdosen mit rein wobei das auch zu viel wäre aber ich überspitze bewusst damit eben der grundpreis des hauses nicht zu hoch ist weil man sonst gegen die wettbewerber verliert weil sonst die bauern immer sagen auch das haus sieht ja sehr ähnlich aus und ist da 10.000 euro günstiger dann nehme ich doch das dann kommen die kosten hinterher wieder drauf auf jeden fall wieder weit ausgeholt ich wollte eigentlich nur kurz loben man sieht jetzt hier einmal auf der linken seite auf der rechten seite wir haben hier vier außensteckdosen das heißt alles was ich eben genannt habe kann gleichzeitig im parallel eingesteckt werden und man kann den garten dann auch wirklich so nutzen wie man das möchte und ist nicht eingeschränkt oder muss gleich in den baumarkt fahren und dreifachstecker kaufen um sich dann dann entsprechend auf der terrasse mit strom zu versorgen also hier zum abschluss nochmal ein schönes lob haben die bauern sehr gut gemacht und wir sehen uns bald zum nächsten video ciao